Weit entfernt von der Zivilisation, im Herzen einer geheimnisvollen und unzugänglichen Gegend, verbirgt sich ein alter, verlassener Vulkan. Die Einheimischen meiden ihn schon seit langem, da sie ihn für einen verfluchten Ort halten, an dem diejenigen verschwanden, die es wagten, sich zu sehr zu nähern. Damit begann unsere Expedition, als eine Gruppe von Wissenschaftlern von Weltrang sich auf eine weite Reise begab, um das Geheimnis des Vulkans zu ergründen, der seine schweigsame Geschichte über Jahrhunderte bewahrt hatte. Der Weg war nicht einfach. Steile Hänge, dichte Dickichte und ständig wechselndes Wetter stellten die Forscher immer wieder vor neue Herausforderungen. Doch für das Team, das nach wissenschaftlichen Entdeckungen dürstete, war dies nur ein Ansporn, weiter voranzuschreiten. Je näher sie dem Gipfel kamen, desto dichter wurde die Luft vom Geruch nach Schwefel und der Himmel zog sich mit schweren Wolken zu. Die Stimmung im Team war angespannt, doch jeder Schritt war von Entschlossenheit getragen, etwas Erstaunliches zu finden. Am dritten Tag der Reise erreichte die Gruppe schließlich den uralten Krater. Genau hier, zwischen Lavaschichten und den erstarrten Spuren eines gewaltigen Ausbruchs, stießen sie auf ein seltsames, halbvergrabenes Objekt. Es war von Jahrhunderte altem Staub bedeckt, doch Form und Textur unterschieden sich deutlich von den natürlichen Felsen. Eine sanfte Berührung mit dem Pinsel legte verborgene Linien von Zeichnungen frei und auf der Oberfläche des Steins begannen ungewöhnliche Symbole sichtbar zu werden, die zuvor noch niemand gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte kein Mitglied der Expedition, dass das gefundene Artefakt das wissenschaftliche Verständnis der alten Zivilisationen und ihrer Kontakte mit unserer Welt verändern könnte. Die Wissenschaftler ahnten nicht einmal, dass ihr Fund nur der Anfang dieser spannenden Geschichte war, hinter der sich nicht nur Antworten, sondern auch unglaubliche Geheimnisse der Erdgeschichte verbergen. Geheimnisvolle Symbole – der erste Eindruck der Wissenschaftler Als die ersten Sonnenstrahlen das uralte Artefakt erleuchteten, sahen die Wissenschaftler etwas, das sofort ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Seltsame Symbole, die unter ihren neugierigen Blicken beinahe zum Leben erwachten. Ihre Form und Anordnung wirkten völlig fremdartig, als handele es sich um eine Sprache, die in der bekannten Geschichte der Menschheit noch nie zuvor begegnet war. Die Wissenschaftler begannen sofort mit der Untersuchung in der Hoffnung, einen Schlüssel zur Entschlüsselung zu finden. Die Experten für alte Sprachen im Team stellten sofort die Einzigartigkeit der Symbole fest. Ihre Anordnung und Stilistik erinnerten an die Schriften längst untergegangener Zivilisationen. Doch keine der bekannten Schriftformen entsprach diesen rätselhaften Zeichen. Der bekannte Linguist Dr. Richards, der neben dem Fund stand, fuhr mit den Fingern über die geschwungenen Linien der Symbole und versuchte, ihre Kraft zu spüren. Er war überzeugt, dass es sich nicht einfach um zufällige Zeichnungen handelte. Zwischen den Zeilen der wundersamen Schrift konnte man etwas erahnen, das an den Rhythmus uralter Rituale erinnerte und das Artefakt selbst schien eine seltsame Energiequelle zu sein, die niemand erklären konnte. Eine Gruppe von Fotografen begann, jedes Detail festzuhalten und zahlreiche Aufnahmen für die weitere Analyse zu machen. Jedes Mitglied der Expedition wusste, diese Entdeckung könnte eine echte Sensation in der wissenschaftlichen Welt werden. Bald vertiefte sich das gesamte Team in intensive Diskussionen. Einige vermuteten, dass es sich um Piktogramme handeln könnte, die vielleicht zu einer verlorenen Sprache einer uns unbekannten Kultur gehörten. Doch die Rätsel wurden nur noch zahlreicher. Plötzlich, als einer der Forscher zufällig einige der Symbole laut aussprach, veränderte sich die Atmosphäre um sie herum, als wäre die Luft selbst zähflüssiger geworden, erfüllt von einem elektrostatischen Knistern. Das löste einen unaufhörlichen Strom von Fragen aus, auf die es bisher keine Antworten gab. Schlaflose Nächte voller Forschung und Entschlüsselungsversuche lagen vor ihnen. Die Wissenschaftler begannen zu begreifen, dass die Entschlüsselung der Symbole ihnen das Tor zu neuem Wissen öffnen und sie vielleicht auf eine erstaunliche Reise durch die Seiten der Geschichte führen könnte, an die die Menschheit bislang noch nicht zu glauben wagt. Die Geheimnisse der alten Sprachen. Was verbergen die Symbole? Als die Wissenschaftler zum ersten Mal die seltsamen Symbole des antiken Artefakts betrachteten, hatten sie das Gefühl, auf etwas gestoßen zu sein, das allen ihnen bisher bekannten Regeln widersprach. Diese rätselhaften Zeichen wirkten nicht nur fremdartig, sondern schienen eine Geschichte in sich zu tragen, die bisher noch niemand entschlüsseln konnte. Die Linguisten im Team, wie zum Beispiel Dr. Richards, waren vollkommen fasziniert. Sie bemerkten sofort, dass sich die Symbole von allen bekannten Schriftsystemen unterschieden. Jede Linie, jede Krümmung auf dem Artefakt sah so aus, als wäre sie Teil eines einzigen Codes, der längst verloren gegangen war. Das waren nicht einfach nur Symbole. Es war etwas Größeres, vielleicht eine Sprache, die seit tausenden von Jahren nicht mehr gesprochen wurde. Unter den aufgeregten Wissenschaftlern entbrannten hitzige Diskussionen. Einige behaupteten, dass die Zeichen dem menschlichen Verständnis bislang verschlossen geblieben seien, weil sie aus einer Kultur stammten, die der Wissenschaft völlig unbekannt ist. Eine der Hypothesen besagte, dass es sich um Piktogramme handeln könnte, die zu einer verlorenen Sprache einer alten Zivilisation gehörten, deren Spuren von der Zeit und der Natur ausgelöschten wurden. Doch bevor die Wissenschaftler tiefer in die Untersuchung eintauchen konnten, geschah etwas Erstaunliches. Einer der Forscher, der sich mit den Lauten beschäftigte, die diese Symbole möglicherweise erzeugten, sprach zufällig einige von ihnen laut aus. In diesem Moment schien die Luft ringsum von Energie erfüllt zu werden, die an das Knistern von statischer Elektrizität erinnerte. Dies belebte die Diskussionen augenblicklich und brachte die Wissenschaftler dazu, den Fund mit neuen Augen zu betrachten. Ein so ungewöhnliches Ereignis verlieh der Entdeckung zusätzliche Intrigen und Rätsel. Es schien, als besäße das Artefakt selbst eine Art Kraft, die in der Lage war, die Umgebung zu beeinflussen. Vor ihnen lagen lange Stunden der Forschung, des Entzifferns und des Versuchs zu verstehen, welche Geheimnisse sich hinter diesen uralten Symbolen verbergen. Vielleicht könnte die Entschlüsselung dieser Sprache das Verständnis der Vergangenheit verändern und eine Tür in eine unbekannte Zukunft öffnen. Zeichnungen aus der Vergangenheit Wie hat sich das Artefakt nach seiner Entdeckung verändert? Als das antike Artefakt schließlich in die Hände der Wissenschaftler gelangte, sah es aus wie ein rätselhafter Splitter einer unbekannten Vergangenheit. Doch das Erstaunlichste geschah, nachdem die ersten Tage der Forschung vergangen waren. Aufmerksame Augen der Linguisten bemerkten, dass sich die Linien und Symbole auf der Oberfläche leicht zu verändern begannen. Sie schienen unter dem Licht von Taschenlampen und Scheinwerfern zum Leben zu erwachen, gewannen an neuer Helligkeit und Tiefe. Die Wissenschaftler sahen sich erstaunt an, als ob das Artefakt versuchte, ihnen seine uralte Geschichte zu übermitteln. Einer der Forscher, Dr. Richards, konnte den Blick nicht von dem Artefakt abwenden, während er beobachtete, wie die Symbole sich noch deutlicher von der steinernen Oberfläche abhoben. Diese Zeichen schienen von vergangenen Jahrhunderten verborgener Weisheit und geheimem Wissen zu flüstern. Der Prozess der Veränderung löste bei dem Team wahre Begeisterung, aber zugleich auch Besorgnis aus. Doch das war erst der Anfang. Einer der studentischen Forscher bemerkte beim Versuch, die Veränderungen am Stein während der Laborarbeit festzuhalten, zufällig, dass seine Berührung der Oberfläche das Leuchten der Symbole verstärkte. Bald fiel dies allen auf, die sich mit der Untersuchung des Artefakts beschäftigten. Mit zunehmender Interaktion mit dem Material schienen seine Muster unter den Händen regelrecht zu erblühen, wobei sie an Intensität und Farbton wechselten. Eines Abends, als das Team weiterhin im Labor arbeitete, reagierte das Artefakt unerwartet auf die Berührung eines neuen Forschers mit einem sanften Flackern, das den Raum in ein geheimnisvolles, leichtes Licht hüllte. In diesem Moment wurde allen klar, sie hatten es nicht einfach mit einem uralten Objekt zu tun. Dieses Artefakt besaß die Kraft, Erinnerungen an ein Land zu wecken, das der Mensch noch nicht kannte. Zahlreiche schlaflose Nächte lagen vor ihnen, gewidmet der Suche und Forschung, die zu wahrhaft sensationellen Entdeckungen führen konnten. Schatten aus der Vergangenheit Unerwartete Folgen der Entschlüsselung Das Artefakt, das zunächst nur als rätselhafter Gegenstand erschien, begann, seine ungewöhnlichen Eigenschaften zu zeigen. Nachdem einige Symbole zufällig ausgesprochen wurden, geschah in dem Labor etwas Unerwartetes. Um das Artefakt bildete sich ein Feld, als würde es ein uraltes Geheimnis bewachen. In diesem Feld schien etwas zum Leben zu erwachen, und die Wissenschaftler bemerkten, wie das Licht auf seltsame Weise zu flackern begann. Dr. Richards, der am nächsten stand, spürte einen leichten Strom, der durch seinen Körper floss, als er versuchte, das Artefakt zu berühren. Es war ein echtes Rätsel, als ob der Stein versuchte, mit der Außenwelt zu interagieren. Das Forscherteam verspürte nun nicht nur Neugier, sondern auch eine gewisse Vorsicht. Jede Handlung rund um das Artefakt erforderte erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit. Plötzlich rief einer der jungen Forscher, der beschloss, die Laute zu wiederholen, die seine Kollegen zuvor gemacht hatten, eine Resonanz hervor, die von allen im Raum gespürt wurde. Es schien, als hätte das Artefakt auf diese ausgesprochenen Symbole mit eigenen Vibrationen reagiert, die keinen Zweifel daran ließen, dass sie etwas Größeres berührten. Alle Wissenschaftler im Raum spürten, wie die Luft um sie herum schwerer wurde und die Zeit scheinbar langsamer verging. Die Veränderungen beschränkten sich nicht nur auf die Atmosphäre. Eines der Geräte, das sich in der Nähe des Artefakts befand, registrierte einen außergewöhnlichen Energieschub, der so stark war, dass seine Sensoren ausfielen. Dieses Ereignis wurde zum Wendepunkt für das gesamte Team. Nun verstanden sie, dass sie es nicht einfach mit einem Untersuchungsobjekt zu tun hatten, sondern mit etwas, das in der Lage war, die Realität zu beeinflussen. Bald wurde klar, diese Entdeckung könnte nicht nur der Beginn wissenschaftlicher Erkenntnisse sein, sondern auch gefährliche Folgen nach sich ziehen. Prophezeiungen der Alten, Entdeckungen und ihre Bedeutung. Unter den vielen Hypothesen, die die Wissenschaftler aufstellten, war die faszinierendste die Idee, dass die Symbole auf dem Artefakt nichts anderes als uralte Prophezeiungen sein könnten. Nach langen Stunden der Entschlüsselung und Analyse bemerkte das Team, dass einige Zeichen offenbar Ereignisse beschrieben, die sich in ferner Vergangenheit oder sogar in der Zukunft ereignet haben könnten. Dr. Richards vermutete, dass das Artefakt nicht einfach ein Kunstobjekt sei, sondern so etwas wie eine Chronik, die von einer alten Zivilisation hinterlassen wurde. Mit jeder neuen Entdeckung begannen die Wissenschaftler, im Artefakt mehr zu sehen als nur etwas Geheimnisvolles. Das aufkommende Gefühl, mit etwas Großartigem in Berührung gekommen zu sein, wuchs weiter. Dieser Fund könnte das Verständnis über antike Kulturen verändern, die möglicherweise über Wissen verfügten, dass das heutige übersteigt. Die entschlüsselten Symbolkombinationen erwiesen sich als mit Naturphänomenen verbunden, zum Beispiel mit Sternkarten, was auf ein hohes Maß an astronomischem Wissen hindeuten könnte. Doch das war noch nicht alles. Im Verlauf weiterer Untersuchungen entdeckten sie, dass einige der Symbole an Darstellungen von Naturkatastrophen erinnerten. Erdbeben, Vulkanausbrüche und sogar die Bewegung tektonischer Platten. Diese Entdeckung überraschte und beunruhigte das Team, da sie darauf hindeutete, dass die Alten wussten, wie man Naturkatastrophen voraussehen konnte. Wenn diese Prophezeiungen zutreffend waren, könnte das erklären, warum die Zivilisation, die das Artefakt erschaffen hatte, es als Warnung hinterließ. Dr. Richards und sein Team verstanden, dass sie gerade erst an der Spitze des Eisbergs angekommen waren und noch viel zu entdecken blieb. Eines war klar, das Artefakt, das in ihren Händen ruhte, barg außergewöhnliche Geheimnisse, die die Sprache der Vergangenheit zu sprechen vermochten. Dieses Objekt versprach nicht nur das wissenschaftliche Verständnis der Alten zu revolutionieren, sondern auch zum Schlüssel für die Lösung von Rätseln zu werden, die der Menschheit noch bevorstehen. Zeit und Angst Lektionen aus alten Worten Nachdem das uralte Artefakt seine einzigartigen Eigenschaften offenbart hatte, standen die Wissenschaftler an der Schwelle zum Verständnis nicht nur der rätselhaften Symbole, sondern auch ihres Einflusses auf die Realität. Jedes ausgesprochene Wort aktivierte energetische Schwingungen, die die Wahrnehmung von Zeit und Raum veränderten. Die Wissenschaftler begannen, Hypothesen darüber aufzustellen, dass das Artefakt Schlüssel zu altem Wissen enthält, das die Natur der Zeit selbst neu definieren könnte. Mit jedem Tag der Forschung kam das Team der Lösung immer näher. Eines Nachts, in dem Moment, als Dr. Richards eine Reihe von Symbolen aussprach, rollte eine Energiewelle durch das Labor. Der Raum wurde von unsichtbaren Vibrationen erfüllt, als ob die Stimme der Urzeit in diesem Moment zum Leben erwacht wäre. Die Forscher spürten, wie die Zeit scheinbar langsamer wurde und es ihnen ermöglichte, einen Moment der Vergangenheit mit beispielloser Klarheit zu erleben. Nachfolgende Experimente zeigten, dass das Artefakt die umgebende Realität beeinflussen kann. Diese Entdeckung erschütterte das Team und zwang sie, ihren Forschungsansatz zu überdenken. Sie begannen zu begreifen, dass ihr Fund nicht einfach ein Werk antiker Kunst war, sondern ein Instrument, mit dem man mit der Zeit interagieren konnte. Es stellte sich heraus, dass das Artefakt in der Lage war, Zeitströme zu lesen, indem es auf bestimmte Geräusche und Vibrationen reagierte, was es ermöglichte, die Zeit auf quantenmechanischer Ebene zu steuern. Nach einem besonders erfolgreichen Experiment, das in der Laborumgebung zu leuchtenden Lichterscheinungen führte, erkannten die Wissenschaftler schließlich, dass das Artefakt mit ihnen in der Sprache der Vergangenheit sprechen konnte. Doch es handelte sich nicht einfach um eine Botschaft, es war eine Einladung, die Geschichte zu erforschen und das in den Symbolen verborgene Wissen zu nutzen, um alte Prophezeiungen zu entschlüsseln. Mit jedem Tag, den sie damit verbrachten, das Artefakt zu erforschen, wurde immer deutlicher, dass sie eine Entdeckung gemacht hatten, die nicht nur das wissenschaftliche Verständnis unserer Welt, sondern auch die Vorstellung von Zeit und ihrem Einfluss auf die Menschheit verändern konnte. Das Artefakt, das vor ihnen stand, blieb ein Rätsel, doch seine Lehren eröffneten allen, die es wagten, seine Geheimnisse zu ergründen, neue Horizonte.